Servus zu diesem Sondervideo aus der Reihe, Mail mir mal Müll. In dieser Reihe lasse ich mir ja die dubiosen Kreditangebote schicken und stehle dann den Scammern ihre Zeit. Natürlich braucht es ja eigentlich keine lange Kommunikation, um zu bemerken, dass es sich um Betrüger handelt, denn schon die erste Mail zeigt Schauderhaftes. Ich zeige dir in diesem Video ein paar herrliche Beispiele, wo ich nicht verstehen kann, dass Menschen darauf reinfallen können. Los geht's nach dem Intro. Das erste Erkennungsmerkmal eines Betrügers ist seine E-Mail-Adresse. Keine Finanzgruppe, keine Bank, kein Anwalt oder irgendjemand, wer einen Kredit vergeben oder dir etwas spenden will, wird dir von so einer Adresse schreiben. Das nächste ist die Form der Mail. So wie hier in einem durchgeschrieben und mit Tipp- und Rechtschreibfehlern ist der Standard, wobei dieses Exemplar sogar noch als harmlos zu bezeichnen ist. Da kommen in diesem Video noch Schlimmere. Was 99% der Scammer auszeichnet, ist die fehlende Signatur. Jede Person oder Institution, welche seriöse Geschäfte mit dir machen will, zeichnet mit vollem Namen, Telefonnummer, Adresse, Webseite und eventuell noch vieles mehr. Natürlich kommt schon mal die eine oder andere Mail mit ein paar Angaben, allerdings kann man diese ja überprüfen und wie gesagt, auf die E-Mail-Adresse achten. Olga macht es sich besonders einfach. Schnell mal die Betreffzeile in den Text kopiert und fertig ist das Meisterwerk. Wie kann darauf nur irgendjemand antworten? Wenn ich nicht ohnehin wüsste, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt, würde ich schwer beleidigt sein, wenn mir jemand solch eine Mail schickt. Da hilft auch die kreative Mail-Adresse nichts. Und wie wir schon wissen, keine Signatur, Finger weg. Anscheinend gibt es da in der Welt des Internets ein ganzes Nest voll mit solch kreativen Köpfen. Franz Josef zum Beispiel heißt in seiner E-Mail-Adresse Patrick und macht es wie Olga. Betreffzeile kopieren und fertig. Warum denn großen Aufwand betreiben, wenn die dummen Menschen ohnehin einfach zu betrügen sind? Der gute Friedrich hat zwar auch kopiert, war aber mit zusätzlichem Text kreativer. Zwar kann er sich nicht entscheiden, ob wir per Du oder per Sie sind, aber das kann schon mal passieren, wenn man im Betrugsstress ist. Er denkt, ich bin um die Welt gereist, um einen Kreditgeber zu finden? Und habe nur Fälschungen und Diebe getroffen? Ja, stimmt. Aber Leute, wer euch eine solche Kacke schreibt, der gönnt euch auch nur Kacke. Aber nein, er sucht doch eine gute und ehrliche Zusammenarbeit. Denn immerhin ist er selbst ja eine ehrliche Person und du sollst ihm gefälligst dein Vertrauen garantieren. Also mach mal. Mit dieser Mail stellt sich eine selbsternannte Sozialhilfestruktur ohne Signatur in der E-Mail, dafür aber mit einer Gmail-Adresse, vor. Das Gute an dieser Mail ist aber, dass man mir 128.000 Euro als finanzielle Unterstützung schicken will, da ich ja angeblich überall Schulden habe. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Nun, abgesehen von dem offensichtlichen versuchten Datenklau am Ende der Mail, sind es doch die schrecklich verwirrenden Satzkreationen, welche klar zeigen, dass es sich um einen Scam handelt. Man beachte folgende Schöpfungen. Wenn Sie es später senden, wenn die Korruption endet, haben Sie auch eine Panik. Wenn Sie dies gestern tun, können Sie dies tun, wenn es um 128.000 Euro geht. Die Ines von der Sozialhilfestruktur sollte einen Deutschkurs machen, wenn sie schon bescheißen will. Oder am besten einfach damit aufhören. Na da schau her, da hat mir doch die Ines von soeben glatt noch eine Mail geschrieben. Anscheinend hat sie aber ihren Arbeitsplatz gewechselt, denn jetzt arbeitet sie nicht mehr für eine Sozialhilfestruktur, sondern offensichtlich für ein Kreditinstitut. Macht aber weiterhin alles falsch. Abwechseln der Anrede mit du oder sie. Fragt nach einer WhatsApp-Kontaktnummer. Macht keine seriöse Firma, da wird nach einer Telefonnummer gefragt bzw. wird die eigene in einer Signatur mitgeschickt. Ich könnte ausrasten bei solch dreckigen Charakteren. Nichts anderes im Kopf als Leute betrügen. Und dann noch dazu solche, welche ohnehin meist schon in Not sind. Und die Gier macht anscheinend dumm, wenn unterschiedliche Inhalte vom selben Absender an denselben Empfänger geschickt werden. Darum versuche ich auch mit meinen Videos aufzuklären. Aber zum Glück gibt es auch immer wieder etwas zu lachen, wie die Verabschiedung in dieser Mail. Notfallmaßnahmen Vielen Danke! Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du es in deinen Social-Media-Kanälen teilst, können wir wesentlich mehr Menschen warnen und vor eventuellem Schaden bewahren. Natürlich freue ich mich auch, wenn du ein kostenloses Abo mit Glocke dalässt und jedes Like zeigt mir, dass ich meine Videos nicht nur für mich alleine mache. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage Servus bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017